Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Episode Rust mit OneYouMe. Hallöchen! Äh, Tür zu, ne? Ja, du, ich kann dir doch nicht zumachen, wenn du noch nicht draußen bist. Was ist das überhaupt für'n Sinn? Ja, ich dachte, du machst dir zu und ich mach's dir wieder auf, wenn ich raus will. So läuft das. So, wir wollten da runter, ne? Hier ist eben jemand rumgelaufen, hab ich gehört. Aber ich glaub, der hat sich wieder vertügelt. Wer ist das her? Äh, halbe Stunde? Nein. Ist eine Weile her. Und zwischendurch kam, glaub ich, auch ein Erdwob. Keine Ahnung. Oh mein Gott, hier leckt es wieder vor dich vor sich hin. Hast du dir was gebrochen oder kann ich hier auch runter? Nee, aber du musst erst auf die andere Ecke da springen, ja genau. Yes! So, gucken wir doch mal. Wir brauchen die Steine, die da unten sind, eigentlich. Okay, auf geht's. Oh Gott, wie es leckt. Jetzt hab ich mir was. Ich, ich, ich wollt grad sagen, ich glaub, ich hab da was knacken gehört. Nee, gebrochen hab ich mir aber nix. Hat sich aber so angehört. So, ich hol mir einen Stein. Mit meiner Spitzhacke. Spitzhacke hast du, ja. Ja, die hast du mir ja netterweise gegeben, nachdem ich so glorreich, ähm, mich in Luft aufgelöst habe. Oh, das ging ja schnell. Ich hab mich grad noch gewundert, warum die Spitzhacke so lange brauche, aber dafür geht das ja recht flott, das Abbau. Ich hoffe, du gibst mir Rückendeckung. Natürlich. Gut. Will ich dir auch raten, mein Lieber. Dann verläufst du doch sowieso wieder. Doch nicht. Niemals. Ich, also als würde ich mich jemals verlaufen, ja? Als ob du jetzt noch wüsstest, wie du nach Hause kommst. Da lang. Ich seh sogar das Metallhaus von hier aus, wo dann immer nur so, so ein Teil von der Wand nur angezeigt wird. Ja, da ist immer so ne Fahne, da weiß jemand vorne. Ja, da vorne, ja. Da baut jemand meinen Stein ab. Hey. Warte, lass uns mal anschleichen. Warte, warte, warte. Waffe, waffe. Nee, Stein. Schießen. So viel zum Anschleichen. Ja. Wir sind... Nee, das ist unglaublich. Ah, wenn ich noch zu ihm getroffen bin. Störb. Ah, der hat aber was. Ich will ihn. Ich will ihn umbringen. Wo ist er denn? Jetzt hab ich ihn einmal getroffen, das heißt, er hat nicht mehr viel. Bleib still! Okay, das war aber nur ein, äh, das war ein serverseitiger Treffer. Mann, der rennt so schnell. Lauf nicht so schnell. Oh, jetzt hätte ich ihn gehabt, aber ich hab keine Muni mehr. Bleib dran einfach, er muss ja irgendwann stehen bleiben und dann in sein Haus gehen. Ja, ich finde ihn. Siehst du ihn wenigstens noch? Weil ich versuch abzukürzen. Draße? Nee. Wo ist er hin? Da! Wo? Straße, Straße, Straße und dann rechts in die Felsen. Ja, lauf du die Straße entlang? So hier in die Richtung? Ja, an dem Felsen vorbei, also rechts von mir. Ja. Hier ist er so rein. Jetzt komm ich dir eventuell entgegen. Nee, doch nicht. Hä? Er ist ja irgendwo mitten ins Gebirge rein, aber da vorne ist, glaub ich, ein Haus. Nee. Dahin! Der ist hier irgendwo reingelaufen. Wo bist du? Ich glaub, der ist weggerannt. Menno. Muss er doch nicht sein. Er muss ja hier auch irgendwo in der Nähe sein. Also, äh, zumindest wohnen und so, weil der Hedger ja Steine abgebaut hat. Das hätte er ja sonst wo hingehen können. Also hier wird's schon radioaktiv. Ähm. Was ist er denn? Wo bist du? Immer noch hinter mir? Nee, rechts neben dir direkt. Aber hier ist doch irgendwie kein Haus, ne? Hm. Doch, hier oben ist ein Haus. Aufm Berg, rechts oben. Oh, da. Ja, ich seh's. Lauf da mal hin. Oh. Ja, Treffen will auch wieder gelernt sein. Aber das ist der nicht. Der hier ist halt nackt. Er ist immer noch um den Felsen rum. Waa! Wie, wie er sich wegleckt? Er ist nicht, er schießt auf mich. Geholt ihn von mir. Lauf einfach um den Felsen. Mann! Es leckt alles so. Das gibt's doch nicht. Meine ganze Muni verballer ich hier halt deswegen. Jetzt bin ich aber hinter ihm. Ja, warte. Ich lauf einmal hier rum. Er hat mich gleich. Ich bin fast tot. Ich hasse die Legs. Ah, das gibt's doch nicht jetzt hängen hier. Nicht auf mich schießen, wenn du mich jetzt siehst. Nein, nein. Ich weiß, du bist da an der Seite. Ich weiß, da ist Muni leer. Das gibt's doch nicht. Also meine Muni ist leer, ne? Komplett? Ja. Ich hab auch nichts mitgenommen. Ah. Ach. Hepp. So, ich glaub ich hab noch ein Medikit. Der hast du mir zum Glück gegeben. Ich von mir. Und unter uns. Äh, ich hab meine Spitzhacke. Ich könnte mich anschleichen und ihn von hinten erschlagen oder sowas. Gehst du da weg. Ich weiß nicht, ob die Pistole so scheiße eingestellt ist. Da unten, also. Da unten. Leckt wie sonst was. Der versteckt sich da unterm Felsen. Unter welchem? Unterm Felsen? Ähm, warte. Nein, oh Gott. Ähm. Wenn du hier runter guckst, dann ist es direkt der Große hier unten. Ich hab ihn schon gesehen. Ach, okay. Ach, da ist er. Ach, scheiße jetzt. Bist du tot? Ne, ne, ich lebe noch. Versteck dich. Ich hab auch keine. Ich blute jetzt und hab doch einen Medikitall noch. Naja, die Pistole ist so krass. Hast du ihn noch erwischt, oder? Nein, natürlich nicht. Wegen, wenn, ähm. Er blutet manchmal, wenn du schießt, aber der Server zählt den Schuss nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich laufe weiter. Der Server nimmt den Schuss einfach nicht an. Hier musst du hochspringen. Sonst wird's knapp. Erst immer noch hingehen. Weg hier. Treffer, schon wieder. Ich bin tot. Wenn du mir ein Medikit gibst, kann ich's noch schaffen, ansonsten bin ich tot. Ja, hier, hier. Komm, komm. Wo bist du? Ich kann nicht laufen. Hat mir die Knochen gebrochen. Weißt du, wo bist du denn? Da. Unter dem Felsen. Ja, ich komm zu dir. Er ist über dir. Er ist über dir. Wenn er mich jetzt sieht. Scheiße, ich hab's reingelassen. Das gibt's noch nicht. Nein, fuck. Ich hab in zwei Mangen. Wo ist es? Ich brauche es. Ja, warte. Ich komme. Hier, 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 hier. Doch, doch, hier. Da. Wo denn? Da. Ich bin immer noch verletzt, also ich muss hier bleiben. Das gibt's doch nicht. Ich hab bloß noch Bandagen. Helfen die dir irgendwie? Ja, ich bin schon noch so weit. Oh ne, sicher bin ich nicht. Aber ich hab ihn zweimal wieder angeschossen. Immerhin, ich hab leider keine Muni mehr. Ach, Knochen gebrochen. Jetzt kann ich laufen. Ach, geht doch. Dann lauf ich jetzt wieder zur Straße, ne? Oh, wie ist weg? Ja, auf der Straße. Du bist auf der Straße? Ja, ich bin auf der Straße. Ach, da bist du. Okay. Auf geht's. Lauf da, du. Ich bin ja wieder voll. Das kann doch eigentlich sein, dass die Pistole so viel mehr Schaden macht, oder? Ja doch, die ist echt stark. Echt? Ah, kein Wunder, dass ich das eine Mal den Typen erwischt hab mit der Pistole. Aber trotzdem hätte er sterben müssen. Aber der Server nimmt halt manche Treffer einfach nicht an. Da lang, ne? Ja. Wusste ich. Oh, nehm ich denn einen Stein noch mit, oder laufen wir erst zurück? Nimm den Stein mit ruhig. Hi. Wir haben ja auch drinnen nix mehr wirklich. Na, irgendwo war noch Muni, ich hatte ja keine mitgenommen. Weil ich mir ja dachte, ja 20 Schuss. Ich hab keine Muni mehr. Ne? Ne? Verdammt. Ja, dann müssen wir jetzt was Neues suchen. Ein Metall. Ja. Und Holz ist da hinten. Und hier auch. Ist das mit der Spitzsacke überhaupt so gut, wenn man das mit der abbaut? Ja. Oh, da hinten ist nochmal so ein Flugzeug-Ding. Oh, 20 Holz auf einmal, gar nicht schlecht. Oh. Was ist so ein Flugzeug-Ding? Naja, so ne große Halle, Mensch. Weißt du, so ein Möchtegern-Flugzeug-Hanger. So. So ne Lagerhalle. Das Ding hier. Das hier ist die Konservenfabrik. Ja, dann halt die Konservenfabrik. Es könnte halt auch ne große Halle sein. Aber hier war gerade jemand. Da hinten ist auch noch ein Häuschen, läufst du da gerade hin? Äh, in eins, ja. Jaja. Okay, okay, okay. Oh, ich muss mal wieder was essen, sonst verhunger ich hier gleich. So, ich guck mal, was es hier noch gibt. Oh Gott, hier sind voll große Häuser. Ich habe einen Schatten auf den Berg gegeben, aber ich weiß nicht, wo du hingerannt bist. Äh, ich bin... Ich bin... Ich bin über so einen Felsen gelaufen. Warte, ich komm mal zum Rand. Hier bin ich. Wo bist du? Ja, die Straße runter. Jaja, ich seh dich. Bin hinter dir. Wie du von Punkt zu Punkt springst, das gibt's doch nicht. Oh, ich bin schon wieder radioaktiv, ne? Bist du gerade? Ja, ich hol die Tiere zu mir. Warum? Ich hab nix zum, äh, Dingsen. Okay, gut. Das, äh, Dado macht das schon, ne? Ich kümmere mich um meinen Stein, der tut mir wenigstens nichts. Ja, die können manchmal gute Sachen dabei haben, deswegen lohnt sich das. So lange du noch Munias, ich hab ja nur mich bezacke. Kann man die noch irgendwie abbauen? Die haben doch bestimmt noch was zu essen dabei. Na, meine Klamotten gehen so langsam kaputt. Also ich hab immerhin jetzt, äh, zweimal Cloth und zweimal Leder. Ist da hinten jemand, oder ist das ein Tier? Hier. Ich seh weder noch, weil da hinten halt so komisch ist. Doch, da ist ein Wolf direkt auf den Zug. Aber das erkennt man ja wohl. Ich nicht. Meine letzten sieben Schuss jetzt. Ich sollte mich mal hier wegbewegen, ich, äh, verstrahle nämlich gerade. So, ich lauf mal hier in den Wald. Komm einfach gerade aus, da wo ich hin bin. Da sind einfach die Straße ein bisschen rechts. Da siehst du zwei Hütten so auf dem Berg. Ja, und ich höre einen Wolf hinter mir. Aber ja, die Hütten, die seh ich, glaub ich. Oder? Seh ich sie? Weiß ich nicht. Ja, so zwei Hütten am Horizont, die seh ich. Und daneben so eine Looth-Hütte. Jaja, genau. Okay, kannst du gleich vielleicht irgendwie den Wolf weg machen? Ne, jetzt hab ich Probleme. Ich hab 30 HP und kein Medikit mehr. Scheiße, ich hab noch eins, glaub ich, oder? Ich hab halt nur gerade einen Wolf hinter mir. Da kümmere ich mich drum. Der Wolf ist tot, ich hab einen Medikit. Oder ein Verband. Uah! Oh Gott. Ja, ähm. Äh, wieso hab ich denn... Ja, Verband hab ich ohne Ende, hier. Ja, dann gib mal ein. Wieso hab ich denn kein Medi? Ach ne, hab ich ja vorhin selber gebraucht, ne? Stimmt ja. So. Guck mal rechts noch in den Bunker da rein. Äh. Ach, da. Mal schauen, was wir hier Schönes finden. Ähm. Ach, guck mal, ne Kiste. So. War aber nicht viel drin. Ein bisschen Dingens für Klamotten. Und, äh, ja. Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Waren wir hier schonmal? Spieler oben rechts auf dem Berg. Nein! Da sind zwei Spieler. Scheiße, geh weg. Geh weg. Ich lauf, ich lauf weg. Äh.